Was ist denn hier schönes von, ah guck mal, da ist ein Hebel. Ah ja, war eh nix wichtiges. Deswegen hab ich aufgelegt. Ach, guck mal einen an. Was, willst du mich verarschen? Mit Zeit, ja nix klar. Und nochmal, ab nach oben, zack, zack und geschafft, was ist das? Relikt von Karkosch. Ein extrem seltenes Relikt, eins in den Händen, das kriegst du ja an der Karkosch-Dynastie. Verkauf diesen Genchstein an Ostsegold, um eine Belohnung zu bekommen. Okay. Hallo. Ja, komm. Zack. Zack. So. Ach, ich bin natürlich falsch geritten. Wieso nicht? Da lang muss ich nämlich. Ich bin ja geradeaus weitergeritten nur. Ja, aber so hab ich wenigstens noch das Relikt gekriegt. Das andere war hinten auch nur ein Relikt. Wo ich irgendwie noch rankommen muss. Am meisten Gegner sind wir hier auch nicht. Ach, guck mal. Zack. Komm, stirb. Aha. Irgendwas höre ich doch hier. Also, das ist nur das für ihn. Hi. Lange nicht mehr gesehen. Hierher. Ich habe neue Waren, wenn du die Münze hast. Ja, die habe ich. 21 Steck. Verzierte. Komm, wir kaufen uns die mal. Ui. Sorg. Kann ich das gebrauchen? Ah, guck mal hier. Braucht zwei bessere. Äh. Zack. Zack. Oh ja. Dies aber auch. Okay, warte mal. Die hat. So viel. Die ist schwächer. Die ist nochmal besser. So und bei kritischen Treffer aber nur. Schock Schaden, Chance für kritische Schaden. Hm. Bestärkt das andere natürlich alles, ne? Ja. Obwohl. Tja. Gucken wir erstmal nach. Was haben wir hier? Achso. So ein Relix. Ja, ja. Kann man dann bei dir noch was verkaufen? Was man nicht braucht? Ja, ne? Hm. Zack. Zack. So. Die behalte ich einfach mal. Weg damit. Zack. Okay. 60.000. Ja, hast du? Wenn du die Münze hast. Jetzt brauche ich 20 Stück. Dafür. Naja. Was soll's. Ui. Wusch. Zack. Und die. Ui. Zack. 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 Du auch noch? So. Achja. Kommt mal noch mehr, ihr Gegner. Ihr braucht ja alle aufs Frissbrett. Zack. War ich nicht. Und du auch noch? Ja, ne? Oh. 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 Noch einer tot. Tut mir aber gar nicht leid. Was ist das für ein Ding da vorne? Schlangenspitze. Ich bin da. Speichern. Zack. Ah. Klong. Hohle einmal durchsäbeln. Wieso nicht? Ja, ist klar. Gleich bewegt sich die ganze Insel. Wieso nicht? Ja, ein fliegendes Schiff. Schiffsinsel. Und der springt natürlich runter. Wieso auch nicht. Ja. Alles klar, Torte. Das sind drei solche Viecher, oder was? So hätte ich das nie hingekriegt. Ach ja. Ah, komm mal hier. Hier kommen wir hoch. Natürlich. Zack. Zack. So. Was ist hier? Nix. Keine Gegner. Keine Gegner. Hm. So. Was sollte das für ein Scheiß denn jetzt? Sollte der direkt daneben? Bin doch da ran gesprungen. Wieso bewegt sich der Mist hier? Ah, guck mal, jetzt bin ich dran. Das Ding dreht sich auch noch, ne? Ach, guck mal. Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Zack. Anscheinend wohl ja. Meine Güte, ey. Da muss ich jetzt rauf. Zack. Wie gemein ist das denn? Echt jetzt? Ja. Ist klar. Und da falle ich natürlich runter. Mann, Mann, Mann. Was für ein Weg. Zack. Zack. Huisch. Jetzt aber. Komm. Zack. Und drin. Ah, guck mal. Noch ne Truhe. Wir klauen hier mal überall alles. Zack. So. Was haben wir hier noch? Bekommen jetzt. Ja. Meine Kraft geht runter, ne? Sind eigentlich nur neun, die runter... Naja, obwohl da auf der Anzeige ist das nur eins. Ja, komm. Und meine Verteidigung geht hoch. Na, wie muss ich denn jetzt noch lang? Ja. Wieso nicht? Zack. Randa. Und jetzt? Da hochklettern. Wie TF. Zack. Ach. Zack. Und? Das war voll falsch. Von mir. Oh Mann, ey. Wie oft verreck ich heute denn noch? Zack. So. Zack. Hä? Warte mal. Muss ich mich an die Laterne schwingen? Oder wie? Kann das sein? Oder nicht? Ach, guck mal einer. Ach, das ist keine... Ja. So blöd kann auch nur ich sein, echt. Zack. Ja. So. Wieso nicht? Zack. Zack. Ja. Würdest du mich verarschen? Wieso... Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da wechselt einfach meine Waffe. Da wechselt ihr das einfach. Zack. 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 Jetzt noch oben weiter. Kann mal nach oben klettern, rüberspringen. Boah ey. Zack. Jetzt hier runter wieder. Und da weiter lang. Zack. Zack. Puh. Oh man ey. Jetzt speichern wir aber erstmal. Ja. Wieso nicht? Jetzt sind wir mitten im Schiff drin oder was? Hm. So. Zack. Haha. Zack. Ja. Wir sind da. Ey Leute, wir sind da. Speichern. Wenn das wirklich da ist. Okay. Ewiger Thron. Hm. Muss ich wahrscheinlich bekämpfen da vorne die, ne? Aber bevor ich das mache, Leute, würde ich sagen, ich beende hier erstmal die Aufnahme. Bedanke mich fürs zu gucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich bin da. Ich bin da.